Mit diesem Klappbodenbehälter können feste Wertstoffe gesammelt und oder entsorgt werden. Über die oben und unten angebrachten Gabel-Einfahrtaschen können Sie den Behälter verfahren und zum Entleeren anheben. Mit der Kette am Behälter wird dieser am Stapler befestigt und somit vor dem Abrutschen gesichert. Der Boden ist klappbar, wenn der Behälter mit dem Kran oder mit dem Stapler über die oberen Einfahrbügel angehoben wird. Bequem vom Fahrersitz aus wird der Klappboden per Zugseil entriegelt und geöffnet. Durch den 90 Grad Öffnungsbereich fallen garantiert alle Wertstoffe aus der großen Bodenklappe. Indem der Behälter nach der Entleerung zurück auf die Klappe gesetzt wird, schließt sich diese selbstständig. Damit die Klappe nicht gegen das Hubgerüst Ihres Staplers schlägt, empfehlen wir beim Auslösen des Klappmechanismus, den Behälter kurz über den Containerrand zu halten und ihn dann zum Entleeren langsam anzuheben. Die zusätzliche Radausstattung, bestehend aus zwei Lenk- und zwei Bockrollen und einem Feststeller, erhalten Sie als praktisches Zubehör. Dieser robuste Klappbodenbehälter wird Ihnen mit zwei Jahren Garantie angeboten. walking die Klappbodenbehälter wird Ihnen mit zwei Jahren garanter, nachdem Sie ihn mit drei Stunden, nachdem Sie ihn mit drei Minuten hängen und dennoch Angela Merkel waren genauer, nachdem Sie mich über die Klappboden, ähnliche Vorschläge und die Klappboden, Untertitelung des ZDF, 2020